Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir es jetzt zeigen, wir können es ja sogar hier sehen, weil ja überall die Monitore laufen, beziehungsweise haben wir in der Box, nee, leider, wir können es nur im Stream zeigen, sonst hätten wir das Replay auch dir nochmal zeigen können. Doch, da ist es, guck mal, hier können wir es sehen und da siehst du rechts, wie ist denn dieses Gefühl, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, also ich glaube, der Mercedes-Fahrer braucht unbedingt meine Brille.